Wie ist die Poesie? Wie ist die Poesie? Die Poesie ist, ich habe das Leben geholt. Ich habe auch gekannt, auch ein wenig, rumänische Ballade, deutsche, jüdische, aber ich habe nicht geschrieben. Erst für meine Kinder. Für meine Kinder, wenn sie geboren, für sie, habe ich auch geschrieben, um zu verweilen. Sie sagten, mein Mann ist ein Doktor, weg von der Stieb, bei Sachschulen, und ich bin alleine, mit drei Kindern. Es ist ein bisschen unmöglich, zu machen, eine Atmosphäre, eine schöne, freilichere, für die Kinder. Ich habe auch geschrieben Kinderlieder, und Spiele, Pjäsen, und wir haben verbraucht, sehr gut, wenn mein Mann es nicht gewöhnt hat, von mir gehört, und wenn meine Kinder sind geworden, größer, habe ich geschrieben für sich allein, wenn die Kinder sind es schon gewesen, haben mich nicht mehr gedacht. I was not needed. Habe ich gesagt, ist die Zeit für sich allein noch geboren? Natürlich, natürlich. Und ich habe gedacht, es ist schon gewesen dort, alle Jury.